Wir haben so große Dinge rausgehauen. Vier Wochen Haltbarkeit. Vier Wochen. Intimer kann es glaube ich gar nicht gerade werden, aber ich habe hier gerade beim Duschen etwas entdeckt. Hallo meine Lieben und ganz ganz herzlich willkommen zu dem ersten Tragetest der neuen Nagellacke. Ich habe euch abstimmen lassen und zwar auf Instagram. Da könnt ihr mir übrigens sehr sehr gerne folgen, falls ihr das noch nicht macht. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, definitiv mehr zu posten, auch wenn ich eher aktiv in den Storys bin und weniger im Feed. Aber darin arbeite ich. Ich bin nicht die geborene Instagramerin, muss man auch dazu sagen. Aber es macht mir viel Spaß, genauso wie das Video drehen. Und wenn die Sonne rauskommt, freue ich mich umso mehr. Egal, ich habe jetzt nur die Zeit zu drehen. Deswegen ziehe ich das jetzt durch und zur Not rutsche ich immer weiter nach links. Ihr habt also entschieden und heute werden wir uns einmal komplett dem Jullifin Shellac Lavenie, das steht ja auch noch mit auf der Flasche, widmen, denn ich bin sehr gespannt. Die haben so große Dinge rausgehauen. Vier Wochen Heidbarkeit. Vier Wochen. Das sagt ja nicht mal unser Neonay, ne? Vier Wochen ist echt schon extrem viel. Und ich habe mir da ja eine wunderschöne Farbe ausgesucht, die man vor allem sehr sehr gut sehen kann, wenn sie absplittert, wenn ich irgendwo, ja vielleicht nicht so ganz die perfekte, hundertprozentige Deckkraft habe oder sowas. Da habe ich mir nämlich einen sehr sehr dunklen Rotton ausgesucht. Den habt ihr schon längst gesehen. Das interessiert euch gar nicht. Ich würde sagen, wir tragen jetzt einmal kurz den zusammen ganz ganz genau auf. Und als Base und Topcoat packe ich natürlich auch welche von Jullifin drauf. Einfach weil das fair ist, ne? Das Produkt ist eine Serie hier mit den beiden. Deswegen wollte ich dem Ganzen erstmal so die Chance geben. Und übrigens sind auch das hier welche, die sehr sehr viel versprechen. Halbbarkeit, Glanz, leichtes Ablösen und ich war total so aufgespannt wie ihr. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit für die Nahaufnahmen. Genug gelabert. Es geht los. Als allererstes habe ich mir gedacht, fange ich einmal an, euch meine Fingernägel vorher zu zeigen. Wir hatten ja schon den Fehler, dass ich sie mir vorher nicht teils angeguckt habe, dann beim Entfernen des Produkts gesagt habe, ja ich weiß jetzt nicht, ob die Fingernägel schon vorher oder nachher kaputt waren. Also ich bin aktuell zufrieden mit meinen Fingernägeln. Rechts sind sie einen kleinen kleinen Ticken länger als links. Hier musste ich sie gerade kürzen, einfach weil mir so, ja der da abgebrochen ist auf der Arbeit. Ich habe mich sehr geärgert. Aber das sind sie jetzt erst einmal und ich bin zufrieden. Gleich, wenn ihr noch etwas näher dran seid, werdet ihr sehen, dass ich weiße Flecken auf dem Zeigefinger habe. Das ist ein bisschen Beschädigung des Nagels. Das merken wir uns. Das war also schon da. Und damit starten wir dann einmal mit der Vorbereitung. Und die ist super langweilig. Eigentlich wie immer. Ich fange an mit meinen Alkoholpads. Und dann gebe ich noch den Bond da drüber. Und dann machen wir weiter mit dem Basecoat. So. Davon hatte ich geredet. Hier sieht man die nochmal viel, viel besser. Also, wie gesagt, diese paar Pünktchen merken wir uns. Und weiter geht es mit dem Bonder. Und ich glaube, ich kann es nicht oft genug betonen, dass ich den sehr, sehr gerne mag. Habe ich, glaube ich, auch schon in den letzten paar Videos erwähnt. Ich habe ihn ja wirklich durch Zufall bekommen bei TK Maxx. Und es ist einfach eine gute, gute Investition. Und übrigens, das Ding hier ist immer noch so gut wie voll. Man braucht also ganz, ganz wenig und hat Ewigkeiten was davon. Weswegen ich das einfach nur weiterempfehlen kann. Und mittlerweile benutze ich das sogar bei egal, was ich auf den Fingernägeln mache. Im Gegensatz zu dem Cleanern gerade eben, arbeite ich mit dem Bonder Hand für Hand. Und ich lackiere natürlich erst einmal links. Weiter geht es jetzt also mit dem Basecoat. Das ist der Keratin Basecoat. Es gibt noch etwas, das ist nochmal ein Verstärker zwischen Basecoat und Farbe. Das habe ich jetzt hier bewusst aus dem Test außen vor gelassen, weil wir ganz schlecht wissen wollen, Farbe, Basecoat, Topcoat, wie funktioniert das Ganze bei Jullifin beziehungsweise mit dem Shellac von denen. Letztendlich, wie ist das mit dem Begriff Shellac bei euch? Seid ihr damit bewandert oder nicht? Ich muss sagen, immer wieder denke ich so, das ist doch einfach nur sowas wie Tempotaschentücher oder Labello, das einfach ein Produkt mit einer Marke hervorsticht und man dann halt die Marke nennt anstelle der Produktbeschreibung. Das ist, glaube ich, so, ja, das Gleiche. Ansonsten recherchiere ich gerne einmal genau nochmal, woher Shellac kommt, denn ich bin der Meinung, das kommt von CND. Da mache ich mich auf jeden Fall nochmal schlau und blende euch das eventuell an der Stelle ein. Meine Recherche hat ergeben, dass wahrscheinlich CND der ursprüngliche Erfinder von Shellac war. Ihr seht das TM, also das Zeichen für Trademark in dem Namen drinne. Aber ich habe gelesen, dass es in Deutschland nicht so wirklich Vorteile hat. Das ist irgendwie mir zu rechtlich und deswegen habe ich irgendwie nur wahrscheinlich für mich abgespeichert, okay, andere dürfen ihren Lack auch so nennen. Das seht ihr hier auch in dem Fall bei Juli Fien und deswegen lasse ich das jetzt einmal so stehen. Basecoat versuche ich jetzt natürlich nicht zu dick aufzutragen. Ich habe ganz oft Fehler gemacht, dass ich da einfach viel zu dick gewesen bin. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich werde zwei Schichten von dem Basecoat auftragen. Diesen Tipp habe ich aus dem Store bekommen, als ich mir die Sachen dort gekauft habe von einer ganz, ganz lieben Verkäuferin und sie macht das sogar beruflich mit den Fingernägeln und sie hat mir dazu geraten, zwei Schichten aufzutragen. Deswegen bin ich eine Nachmacherin und mache das einfach mal. Also den Tipp nehme ich sehr gerne an. Basecoat ist also jetzt in zwei Schichten drauf. Den Daumen habe ich auch schon gemacht. Rechte Hand, wie gesagt, mache ich später. Und ich habe es noch gar nicht, glaube ich, so explizit gesagt, aber ich muss sagen, die Flaschen machen einen guten Eindruck. Ich finde es auch übrigens sehr, sehr gut, dass da zwölf Milliliter drinne sind. Zum Vergleich bei Neonail sind es 7,2. Vom Preis her sind wir ja auch super gelegen und von daher bin ich wirklich gespannt, wie die Haltbarkeit sein wird. Und natürlich bin ich jetzt auf die Farbe nicht mehr ganz so gespannt. Ich weiß schon, wie sie aussehen wird. Und ich habe mich ja für so ein dunkles Oberinenweinrot entschieden, damit wir ganz genau sehen können, wie ist die Deckkraft, wo splittert was ab. Also ich werde das definitiv sehr lange tragen und schauen, wie sich das halt auf den Nägeln verhält. Und ich werde mir sehr viel Mühe geben. Allerdings haben wir es morgens früh und ich habe schon Kaffee getrunken. Könnte also sein, dass ich ein bisschen zittrig unterwegs bin. Aber so viel Zeit sollte sein. Für die Fehler habe ich dann auch schon die Zahnstocher griffbereit. Ich werde auch versuchen, jetzt in der ersten Schicht sehr, sehr dünn zu bleiben. Und mir ist bewusst, dass dieser Lack mehr als eine Schicht braucht. Ich muss auch sagen, ich mag den Pinsel sehr. Das ist so ein Dünner. Mit dem komme ich gut klar. Und jetzt sieht man natürlich auch, dass es gar nicht deckend ist. Und hier vorne habe ich auch schon so ein bisschen rumgematscht. Das mache ich einmal von der Haut weg. Das empfehle ich euch auch immer. Und man kann natürlich jetzt schon anfangen zu versiegeln. Das habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Ganz, ganz wichtig. Das hole ich jetzt aber auch gerne nach. Hier bei den Kürzeren ist es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, richtig gut zu versiegeln. Das ist mir bewusst. Ich kriege auch sehr oft die Frage, wie das bitte bei kurzen Fingernägeln gehen soll. Es ist fummeliger. Keine Frage. Und hier am Rand versuche ich wirklich, immer so sauber wie nur möglich zu sein. Und um sicherzustellen, dass ich keinen Kontakt zur Haut habe, nehme ich mir, wie gesagt, immer so einen Zahnstorrer. und gehe dann noch einmal so lang, damit ich so einen ganz, ganz dünnen Rand habe. Das ist jetzt auch quasi der Part, an dem sich alle Perfektionisten unter uns ausleben können. Ich lasse mir auch gerade wirklich viel Zeit und auch dadurch, dass ich so dünn war, aber auch, weil die Viskosität wirklich sehr gut ist, läuft mir gerade nichts in die Nagelränder. Auch hier am kleinen Finger, man kann es ja sehen, absolut gar nichts. Alles sauber. Also voll gut. Hier seht ihr jetzt also einmal die getrocknete erste Schicht und ich finde, das sieht noch gar nichts aus. Ich musste gerade eben etwas mehr hier mit dem Zahnstocher beigehen. Ich hatte mich darauf verlassen, dass ich vor ein paar Tagen meine Nagelhaut gemacht habe, also zurückgeschoben und alles, aber da war jetzt doch so ein bisschen was. Also es rächt sich gerade. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber, aber na gut, nächstes Mal weiß ich dann Bescheid. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob die zweite Schicht auch die letzte Farbschicht sein wird. Bedeutet, wir schauen uns jetzt einmal genauer die Deckkraft an. Hier haben wir also einmal den direkten Vergleich und ich kann jetzt gerade nicht sagen, ob ihr das auch sehen könnt, aber ich sehe hier immer noch nicht so die 100% deckende Kraft. Also ich würde jetzt noch eine dritte Schicht, glaube ich, auftragen. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich sehr, sehr dünn gerade arbeite. Ist ein bisschen schade, aber na gut, dann mache ich eben die drei Schichten. Ich denke, das Schlaueste ist jetzt einmal, dass ich vorspule und wir sehen uns bei dem ersten Anstrich der dritten Schicht wieder. Bis gleich. Bin jetzt also nach der getrockneten dritten Schicht wieder da und ja, den Daumen habe ich auch gemacht und ich bin sehr, sehr glücklich gerade, denn ich habe tatsächlich mit so einer ganz normalen Pfeile hier diesen Rand korrigieren können. Bin sehr glücklich darüber und deswegen ist es hier gerade so ein bisschen matter, weil ich natürlich dann auch den Staub entfernt habe mit einem Alkoholpad. Bedeutet, wir sind jetzt also bereit für den Topcoat und darauf bin ich sehr gespannt, denn ich finde gerade bei Topcoat zeigt sich halt auch immer schnell, wie glänzend wird das Ergebnis sein und ja, da bin ich einfach drauf gespannt und das schließt ja die Maniküre nochmal richtig schön ab. Deswegen machen wir damit jetzt einmal weiter. Und damit haben wir auch schon das fertige Ergebnis. Ich finde, es sieht sehr elegant aus, ist eine wunderschöne Farbe, natürlich sonst hätte ich sie auch gar nicht ausgesucht, aber so werden wir natürlich richtig gut sehen können, wo löst sich etwas an den Rändern, bleibt es wirklich auch dort, wo es sein soll, denn das Schlimmste ist natürlich, wenn der Lack absplittert. Das hasse ich und ich bekomme auch sehr oft Fragen von euch, was man denn falsch macht, wenn es halt auch gerade oben absplittert. Ich habe natürlich sehr gut versiegelt in allen Schichten übrigens und hoffe natürlich, dass das auch etwas gebracht hat. Ich werde mich jetzt einmal der rechten Hand widmen, wie ich die lackiere, ist eigentlich total Wumpe, natürlich genauso wie die linke Hand, aber ja, das ist dann jetzt gerade für die Aufnahmen nicht mehr relevant. Wir sehen uns dann in den ersten Tagen wieder, wenn ich diesen Lack trage und ich bin natürlich super gespannt, wie gut das sein wird. Intimer kann es glaube ich gar nicht gerade werden, aber ich habe hier gerade beim Duschen etwas entdeckt und zwar löst sich hier die Versiegelung an den beiden Fingern. Ich hoffe, oh, jetzt ist es ganz ab. Das ist schon krass. Also das wundert mich gerade. Gerade auch richtig die Haare einschamponiert kann sein, dass ich da zu viel Druck aufgetragen habe. Aber heute haben wir gerade erst mal Tag 2. Dafür ist das mir zu früh. Warum muss das abgehen und auch nach rechts? Ist natürlich schon mal sehr schade und ich glaube, ab jetzt, ohne Wahrsagerin zu sein, kann es nicht mehr lange dauern und ich werde erste Absplitterung haben. Ich hoffe natürlich nicht, weil ich es so auch wirklich gut aufgetragen habe, dass hier am Mittelfinger ist noch einmal so eine kleine Verletzung der Nagelhaut, Russian Manicure, bla bla bla. Habe ich ja ausprobiert, ist ein bisschen schief gegangen, aber ja, das macht mich gerade traurig. Wie so ein Vampir gehe ich immer weiter nach links. Aber heute geht es halt darum, euch einmal wirklich nur den ersten Eindruck zu zeigen und wie gesagt, die ersten Tage. Ich werde noch genauer die Tragbarkeit und die Haltbarkeit einfach euch zeigen in einem weiteren Video, weil ich einfach nicht die Zeit vorspulen kann und euch trotzdem schon mal den ersten Eindruck geben möchte. Das ist, glaube ich, erstmal schon so das Beste, was ich euch anbieten kann. Also wird es dementsprechend zwei Videos geben, das heutige und halt das zukünftige. Da werde ich natürlich auch zeigen, wie ich das Ganze dann von den Fingernägeln abbekomme, falls es nicht von alleine abfällt. Wir haben ja keine Ahnung, wir werden sehen, was passiert. So, bevor ich jetzt ganz von der Sonne hier weggehekelt werde, würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Wie gesagt, das ist der erste Teil, der zweite wird auch noch online kommen und damit würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.